Überflieger Auf meiner Seele bin ich Mensch Mein kleines Stil Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute in Friedrichsau. Friedrichsau liegt bei Nachterstadt am Konkordiersee. Und ich bin heute nicht allein hier. Ich bin heute mit einigen Mitgliedern unseres Schützenvereins zum Schießen hier. Wir werden heute beim Schützenverein Friedrichsau 1903 Großkaliber schießen. Wir sind das zweite Mal jetzt hier. Und uns hat es beim ersten Mal einfach so gut gefallen, dass wir wieder hierher gegangen sind. Die Friedrichsauer haben sich hier ein kleines Schützenparadies geschaffen. Muss man wirklich sagen. Für mich persönlich einer der schönsten und gepflegtesten Skistände, die wir hier in der Region haben. Und freundlich aufgenommen wird man hier auch. Jetzt nehme ich euch erstmal mit rein. Und dann könnt ihr sehen, wie wir den Tag heute verbracht haben. So, das ist der Innenbereich. Hier kann man auf die Schießbahnen gucken. Ich würde sagen, alter Schwede. So, wir sind hier auf dem Stand. Die Möglichkeit 25 Meter, 50 Meter und 100 Meter zu schießen. Großkaliber halt. Mit Ordnanzgewehr. Das Ganze ist hier verstellbar mit Seilzuganlage. Man kann es einmal auf 50 Meter einstellen und kann es dann auf 100 Meter einstellen. Also ich kann jetzt wahlweise drei Bahnen für 50 Meter benutzen und die anderen Bahnen halt für 100 Meter. Das ist wirklich variabel einstellbar. Und dadurch bieten sich ja eine Menge Möglichkeiten. Der Kurzwaffenstand läuft auf Schienen. Es muss also niemand laufen. Und dann vastle ich ihn. Also lassen wir was. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Ich kann es jetzt helfen. Das ist ja nicht. Ich kann es hier nicht. Ich kann es leben. Das ist ja nicht. Was ist denn los? Alles gerufen. Chichet 75. Ja. Kaliver 9x19. Genau. So gekommen. Feuer frei. Das ist jetzt 6x55 Schweden. Das ist jetzt 6x55 Schweden. Praktisch so. Dass du da hinkriegst. Dass du da hinkriegst. Also den Lauf läuft jetzt. Von 1910. Wow. Musst du einfach mal links gehen. So ich hatte jetzt eine 5 auf 6 Uhr. Eine 5 auf 5 Uhr. Dann habe ich geschossen eine 9 auf 6 Uhr. Und eine 9 auf 1 Uhr. Und dann ist mir einer weggerutscht. Das war eine 6 auf 11 Uhr. Ich bin zufrieden. Es macht echt Spaß mit diesem Schweden Maser zu arbeiten. So. Das war mal ein kleiner Eindruck aus Friedrichs Aue. Ich werde meine Videos immer nicht ganz so lang machen. Wir haben hier wirklich Spaß. Darf man Spaß haben? Ja. Man darf Spaß haben. Wirklich ein sehr schöner Stand. Wichtig ist. Ihr müsst euch hier. Wenn ihr hier mal schießen wollt. Wirklich vorher anmelden. der ist verdammt gut ausgebucht. Das spricht natürlich auch für den Stand. Also vorher anrufen bei den Leuten hier in Friedrichs Aue. Und einen Termin klar machen. Super schöner Stand. Es gibt hier in der Region nicht viel was so gepflegt ist. Ich wünsche euch was. Viel Spaß. Und wir sehen uns. Gutschuss. 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 Gutschuss.